2-2 Sieg heute, zweiter Sieg in Serie, kann man eigentlich nicht meckern, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir waren über 16 Minuten einen Tick besser als die Gegner heute. Vor allem, was so eine kreative Lösung in der offensiven Zone entverlangt. Natürlich haben Special Teams auch eine Rolle gespielt, dass wir so früh ins Spiel gekommen sind. Dieses Powerplay-Tor war auch gut für uns. Ja, ich freue mich. Was hat Ihnen denn besonders gut gefallen? Ich glaube, jeder ist präsent in dem, was wir machen. Spieler versuchen, vieles umzusetzen. Der Anspruch ist hoch, was die Spieler wollen. Kurzer Ausblick noch, Sonntag geht schon wieder weiter, dann gegen Innsbruck. Was erwarten Sie da für ein Spiel? Ich glaube, wir werden eine Gegner treppen, der sehr hart arbeitet, von was ich bis jetzt gesehen habe. Und eigentlich braucht man noch nicht so viel analysieren. Wir genießen den Sieg jetzt und gut so. Still no win. Was war das Problem heute? Das ist eine ziemlich negative, die Frage zu stellen. Aber wir haben einen großen Starten. Wir haben einige große Errorsen. Eine, was eine sehr bade Penalte in der ersten Zeit. Wir hatten eine sehr gute Starten. Wir haben ihn ein Powerplay. Nachdem Sie ihn haben, war es 1-0. Wenn wir haben, Sie 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 haben. Wir haben ihn eine Offensiven Zone. Das ist ein sehr, sehr, sehr bad Penalte. Und dann ein paar Mist, hier und da. Ich denke, die große Unterschiede war, was die Anerkennung im Netz. Ich glaube, wir hatten, ich glaube, die Anerkennung der Anerkennung war das. Es war nicht lopsided. Sie haben uns aber nicht viel gemacht. Wir haben ein viel gemacht, auf der Anerkennung. Sie waren ein bisschen besser an den Netz, nicht nur auf der Anerkennung, aber auch auf der Anerkennung. Wir haben uns zu lernen, um unsere Anerkennung und ihre Anerkennung. Sie haben uns auf die Anerkennung heute gesehen. Let's look ahead. On Sunday ist der nächste Spiel. Rappers will, again, a tough opponent. What do you expect from them? A little bit different game. I mean, Munich comes down the walls and four checks really hard. They're more of a possession-based team. They don't dump the puck very much. They keep the puck. So, you know, more about our kind of intensity and our four checking versus their skill and possession game. So, you're going to shut this up. Hold it toマen. So, take it. So, כ schemefahr memor, Wirisbo Cookballkeys. So, быстр grupp thếcasual darf. So, landing April 41 extremes. So, jetzt weiß ich dich.